größten Sachen kommen jedenfalls vor soweit bin ich jetzt auch noch nicht im Spiel drin damit ich alles weiß hier da war noch meine Laststeel-Tubs die eine hole ich mir da auch gleich noch mit damit ich sie jetzt hier reinpacken kann ach ich frage ich gucke jetzt erstmal vielleicht brauche ich ja doch doch ich da ich brauchst du nur 3 aber ich mach nur was sicher jetzt ist er noch mal runter muss so ja Reactor Components 100 so klicke jetzt da hoch alles reinlegen was ich nicht mehr brauche und gucken wieviel Reactor Components braucht so ähm komm warum denn nicht hä kann ich da nicht mehr drauf zu kaufen jetzt hat so Construct nee ähm Reactor Components okay die werde ich mir aus dem anderen Reactor holen aber auch erst wenn ich mir sicher sein kann damit ich das hier darüber lebe wenn ich das aufbaue das könnte nämlich echt komplett zwickt werden so baue ich jetzt noch ganz viel hier vorne also das Metallzeug äh Light Armor Block um dann ähm noch ein bisschen Boden zu machen um dann eine Metallica Station draufzustellen obwohl ich baue ja gar keine Metallica Station ich könnte mir jetzt auch einfach ein Cockpit da hinbauen dann ich glaube das wäre schlauer wenn ich mir da jetzt ein Cockpit hinbauen würde und nicht gleich eine ganze Metallica Station ja wäre schlauer okay Cockpit das braucht der wenigsten dieses äh hier was brauche ich dafür Interior Plate habe ich davon was? ähm ich glaube schon ja so und sobald ich das dann fertig habe kann ich den anderen Generator auseinandernehmen und das Zeug dann hier am Pax lang ich äh nachdem ich mich nochmal voll aufgeladen habe so ich brauche drei Interior Plates und 15 Construction Components nein komm ich weiß gar nicht mehr wie viel und ich brauche noch ein Interior Plate zeige ich noch irgendwo welche nein ist da was drin? ne weißt du ja das war jetzt auch unnötig da noch zu gucken Interior Plates hier so jetzt darunter und hier hoch jetzt schiff man merkt schon das wird langsam immer mehr auseinandergenommen hoffen wir mal dass es bald nicht mehr komplett äh gar nicht mehr existiert dann weiß ich dass ich alles richtig gemacht habe also voraus gibt es nicht ich lebe da dann auch noch so was brauche ich denn dann noch? zwei Motoren und 100 Computer und vier Displays ok die Motoren weiß ich woher ich sie bekomme jetzt kann ich jetzt mal alles was ich noch habe da reinlegen so kommt das kommt schon das liegt doch in dem Teil da oben oder? ne äh warum habe ich da jetzt den kaputt gemacht? ach das gibt es doch nicht so so jetzt komme ich wieder dran ok das kommt da rein ich brauche noch ein paar Computer und zwei Motoren habe ich hier dritte nicht so wieviel Motor hat er denn da drin? acht so dann brauche ich jetzt mal alles ein was ich jetzt habe ach klappt es sind noch 20 Computer woher bekomme ich jetzt Computer? Computer? ne nein nein ok ich brauche ich den Assembler noch ne Ich brauche... Ne, das brauche ich nicht mehr. Lass mal alles rein. So. Ich brauche zwar nicht alle, aber ich weiß nicht die genaue Zahl. Also nehme ich lieber einfach mal alle mit. Gut. Okay, vier Displays. Ich brauche das, um die Displays herzustellen. Ne, da wäre ich dabei. Neh, von oben. Displays. Ah, ich brauche auch vier, ne? Egal, das behalte ich einfach kurz. Vielleicht baue ich das ja noch da drin. Ich weiß vielleicht nicht, was ich jetzt gerade noch mitgenommen habe. Aber acht von irgendwas. Und noch vier Construction Component. Die habe ich auf jeden Fall. So, und dann lade ich mich auf und dann hoffe ich, dass meine Energie reicht, um das zu bauen. Ach, das gibt es noch nicht. So. Construction Component vier. Nur vier. Gut. Oh, dann lade ich mich jetzt nochmal schnell auf und dann muss ich aufpassen, dass ich nicht sterbe, weil da jetzt habe ich keinen Respawn Point mehr. Wenn ich jetzt sterbe, dann spawne ich hier ein neues Schiff. 80, 88, 97, 100. Gut. Den Generator, der ist hier oben. Erstmal das Zeug rausnehmen. Ne. Ich mache nochmal kurz funktionell. Funktionell. Ich glaube schon. Damit ich mich jetzt nochmal schnell aufladen kann. Ach ne, ich habe das Zeug schon raus. Ja, egal. Backwater Components brauche ich. Ach ne, ich bin schon voll. Gut. Gut.